Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Anlöse für Donnerstag, den 9.7.2020 und unser DAX hat hier offensichtlich jetzt mal ein bisschen was gefunden, auf dem er sich wieder stellen kann. Nachdem es zum Vortag ja deutlich runterging, war auch das Risiko auf der Unterseite zu sehen, weil man zum Beispiel Tagesschau für sie hier offen, den brauchen wir gar nicht. So, ja, 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 der DAX hatte nach unten eine gute Chance, hatte nach unten eine gute Vorlage gehabt, direkt mit der Eröffnung, wir hatten es gesagt, wenn der DAX hier unten kurz hinsticht und direkt gleich eine grüne Kerze stellt, wäre das eher Überraschungsmoment nach oben. Das hat soweit der DAX relativ gut auch umsetzen können, hat er auch richtig schön durchgepanscht. Das hat mir eigentlich gut gefallen, also Vormittag hat mir ganz gut gefallen, eigentlich kann man dem Nachmittag, dem DAX den Nachmittag nicht mal böse nehmen. Das hatte, also hier hat es gut gefallen gehabt, wir hatten auch im ELA dann auch mal rumgeschickt, dass man bei 46 da eben ein bisschen aufpassen sollte, dass er bestimmt gleich wieder nach unten zieht, wenn er da einmal kurz drüber holt, weil er nur die ganzen Orders hier abfrühstückt und sich dann wieder zurückleiten lässt. Und man hat auch schön gesehen, so mit den Leuten halt, also früh waren relativ viele schon ein bisschen shortig gestimmt gewesen, haben sich dann umgedreht hier oben, dann vom Short plötzlich Abstand genommen, überlegt, ob man Long mit reinnimmt und eigentlich ist er heute den ganzen Tag zwischen Pott und Pott hin und her gelaufen. Also auch ganz deutlich hat man es gesehen hier unten da nochmal zum Abend hin, das war eigentlich fast die Kür, da hat man selbst dann uns im Chat, bei uns auf der Seite, eigentlich schön den Instinkt sehen können, wie der Markt eigentlich so entgegen dem Instinkt läuft. Das war relativ deutlich eigentlich abzulesen. Also das war auf einmal, die Leute waren wieder nach unten gerichtet, waren sehr zuversichtlich, dass es fällt. Genau in dem Moment, wirklich genau in dem Moment, dreht der Markt nach oben, läuft dann hoch bis 5.30, wo dann alle kritisch wurden, naja und jetzt steigt er weiter, dann fiel er wieder runter, bis auf die 500 runter, wo dann wieder alle zuversichtlich waren, dass es weiter fällt. Manche dann aus ihren Shorts die Stops rausgenommen haben. Also für mich ist das, wenn ich da selber short drin bin, für mich ist sowas immer, da gehen alle Alarmglocken an. Sowas funktioniert einfach nie halt, ne, also die Leute kriegen dann halt immer noch auf die Nase. In der Regel wissen, dass die Leute auch, kann man denen auch öfter sagen, muss ich ja heute auch aufpassen, dass ich mich jetzt nicht, ähm, ähm, verräte oder wütend trete, ähm, weil, ja, aber es sind alle halt genug halt, ne, es weiß jeder, was er da tut. Ähm, ich kann auch versuchen zu unterstützen und zu helfen hier und da, aber, ähm, es ist letztendlich euer Geld, was ihr macht, ne, und wie ihr handelt, ähm, da kann jeder seinen Kick suchen oder eben auch nicht oder versuchen vernünftig zu traden, aber, ja, also, ohne Stop rausnehmen und ganze Depot setzen, finde ich immer keine gute Idee, klappt einfach auch nie, wir sehen halt das immer wieder, hab noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, Mensch, ich hab mein Depot für 100, fracht Martin, nur gut, dass ich immer die Stops rausgenommen hab. Das gab's noch nie, sind eher immer die, die dann ankommen, mach, scheiße, Mensch, hier, ich lass das alles mit Traden sein, weil eben davor der Stop rausgenommen wurde, ne, also, von daher kann ich ihnen nur sagen, wollen sie zur einen Fraktion gehören oder zur anderen, dann handeln sie so, ja, aber das sind auch Sachen, die weiß jeder, die kennen sie, die kann ich auch oft genug erzählen, ich bin manchmal einfach immer ein bisschen erschrocken und, ähm, ja, wenn das dann immer wieder trotzdem auftritt und Leute sagen, sie haben echt lange gute Gewinne und dann setzen sie an einem Tag einfach mal alles, da fehlt mir manchmal einfach das Verständnis ein bisschen, ohne dass das jetzt böse gemeint ist, also, da wird sich auch jemand jetzt angesprochen fühlen, ich mein's nur gut halt, ne, also, ich will niemanden bloßstellen oder ärgern oder, äh, hier ans Messer lieben, ich hoffe einfach, dass ich mit sowas immer mal wieder, auch bei denen, die da kurz davor stehen, ein bisschen ins Bewusstsein reinreden kann, ein bisschen in die Vernunft reinreden kann, ähm, damit man einfach sich wieder ein bisschen besinnt, stabil ein Depot vorwärtszuführen halt, ne, also in dem Moment, wo man, ich brauche nicht weiterreden, sie wissen es genau, sie kennen es alle, wir sprechen das oft genug durch, deswegen machen wir einfach mit der Analyse weiter, ich denke, das ist besser, unten, fehl, also ist nicht durchgekommen, ne, also die Chance war da, Tagesschart sah super aus, um bis 3.30 durchzuziehen, hier haben wir gesagt, super Vorlage, muss hier halt nur drunter, dann kann er locker bis 4.30 und 3.70 nicht gemacht, ne, voll versagt, von daher geht jetzt nach oben die Möglichkeit auf, und zwar bis 7.50, ja, ähm, würde ich zum Donnerstag tatsächlich mitgeben, da unser DAX momentan ein bisschen im Stänkermodus ist, würde ich aber denken, dass wir zwar da oben sind, ja, jetzt muss ich aufpassen, meine Maus, die hatte ja heute voll die Störung, das geht schon den ganzen Tag, sie rumbockt, das dauert bestimmt ein bisschen, es kann sein, dass ich jetzt pausieren muss erstmal, aber, ähm, was ich sagen wollte, der DAX stänkert heute schon ganz schön gut rum, und, ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir oben die 7.50 sehen, das Gap zu machen, die, äh, vielleicht noch die ein oder andere Position abräumen und dann echt wieder unten stehen, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, also das würde zum DAX passen, das würde auch zum Donnerstag passen, äh, sie einfach nochmal ein bisschen rumbockt, äh, sie schön nach oben gehen lässt, stabile Bewegungen zeigt, wo ich dann selber auch sagen würde, boah, eigentlich ist das kein Short, das ist super stabil und dann knallt er wieder nach unten zurück, das wäre Klassiker zum Donnerstag, das wäre typisch DAX, auch aus der Situation heraus, auch natürlich um die Leute, die jetzt hier ohne Stop Short reingegangen sind, weil sie zu überzeugt sind, das war echt so auffällig, also, ich sage das so oft auch, ne, auch mit unserem Chat, dass es nicht funktioniert, wenn alle total sich einig sind und in die eine Richtung zeigen und trotzdem merke ich nicht, dass die Leute das wahrnehmen, also, ich sage das oft genug, das ist wirklich, das, ich finde es faszinierend manchmal einfach halt, ne, wie der Mensch trotzdem irgendwo dann seinen Instinkten folgt, aber, ähm, genau, also, ja, hier unten waren sich auf jeden Fall relativ viele einig, ähm, das Setup war auch gut, ne, aber es war schon auffällig, ne, als es dann losging, ne, wir haben ja auch einen Trade reingestellt gehabt, zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so ganz so, hundertprozentig zuversichtlich, aber da, als er dann das runtergefeffert kam, boah, da waren sie, da war Optimismuskant, da keine Grenzen, so, aber gut, also, ich würde sagen, wenn der hier nochmal drunter geht, wenn der hier, ich hoffe, sie sehen mir das auch nach, wirklich, ich will mich über niemanden drüber stellen und ich will auch mich nicht über Leute lustig machen, das, das, das soll nicht so rüberkommen, aber, also, mir hilft das ungemein, auf sowas zu achten halt, ne, ich würde ihnen einfach empfehlen, auch drauf zu achten, ich erzähle ihnen das ja immer wieder hier, ne, dass uns Leute schreiben, dass, auch diese, gucken sie mal, was haben wir hier oben erzählt, wir haben hier oben erzählt, dass die ganzen Leute ankommen und gerade sagen, sie kaufen Aktien, sie kaufen Aktien, sie traden nicht mehr short, sie, 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 sie kaufen, ähm, jetzt nur noch, ähm, Aktien, auf Long Term, also Buy and Hold, ne, was ist passiert, der DAX ist zwei Tage zurückgefallen, also, ich, ich, ich hoffe insgeheim, dass ihnen sowas auch selber auffällt und sie das für sich auch nutzen können, weil sonst brauche ich es nicht erzählen halt, ne, also, wenn jeder nur da sitzt und sagt, haha, hört sich lustig an, sie müssen das auch versuchen, für sich zu nutzen, ich erzähle es wirklich oft genug und gebe da, ähm, schon Einsichten in Sachen, um die, a, nicht jedem auffallen und b, um die auch nicht jeder sehen kann halt, ne, gut, aber okay, ja, ist manchmal für mich nicht leicht, haha, gut, also, wir haben weiterhin hier, ja, ich würde, ne, ich würde sogar tiefer sehen, ich würde schon sagen, unter 500, unter 500 läuft diesmal richtig durch, wenn sich dann viele ärgern, die da schon rein sind und jetzt oben rausgeflogen sind, nachdem wir vielleicht sogar bei 7, das kann alles zusammenkommen, ähm, ich würde trotzdem denken, er hackt oben raus, einfach um die Shorts zu grillen, die jetzt hier reingekommen sind und das waren viele und die sind sehr überzeugt und wenn da 1, 2 Leute schon die Stops rausgenommen haben, dann ist das immer repräsentativ für die Menge, dann haben das auch mehr gemacht, so, und die kriegt man dann halt hier oben irgendwo rausgeladen halt, dann muss man gucken, ob er wirklich bis 57 muss, vielleicht reicht auch schon eine 7,20, aber ich glaube fast, da muss eine 7,50 kommen, vielleicht sogar auch einen Tacken höher und dann schneller kommt er zurück, dann steht er wieder hier und dann kann er sich für den nächsten Tag, für den Donnerstag dann anschicken, den Restteil der Bewegung zu machen und dann vielleicht sogar hier, also wenn er das zum Donnerstag so macht, wie der Fall, können Sie eigentlich davon ausgehen, dass der Freitag eine Vorbereitung wird, um dann hier nochmal seitwärts so wegzurutschen und dann stehen wir nächste Woche, stehen wir nochmal hier unten, also das wäre ideal eigentlich sogar, ne, wenn der DAX die obere Route macht, ansonsten unten, ähm, hätte er halt das Risiko, wenn er jetzt hier direkt geht, wenn er das zum Beispiel auskontakt hat, abwärtsgebringt oder sowas, ähm, das Risiko, dass er aus diesem Unterstützungsbereich halt erstmal wieder hochgekauft wird, ne, die 4,30, die 3,70, die 4,100, das bleibt eine wichtige Supportzone, da sind wir so lange von unten immer wieder dran gescheitert, ähm, das bleibt Unterstützung, das bleibt Unterstützung, von oben kommen, da kann er wieder nach oben drehen, na, deswegen wäre das vielleicht sogar besser, nochmal hier oben ein bisschen auf die Nerven tritt, und, ähm, alles da drüber, würde ich dann aber schon sagen, ist dann eher long, ne, also alles, was hier so über, ja, sagen wir mal 800, vielleicht 780, 795 geht, das ist dann schon eher long. So, damit haben wir hier das im Kasten, müssen wir ein bisschen was aufräumen, nö, eigentlich nicht, ja, müssen wir ein bisschen was aufräumen, hier die Pfeile, der ist trotzdem noch gültig, lassen wir mal so stehen, wir können ja unten, das sind nicht so viele Pfeile hier, so, da ist das raus, aber die Marken sind trotzdem noch die gleichen, es bleibt alles hier beim Alten, und, ja, ich könnte mir das gut vorstellen, zum Nundertstags, es würde auch auf die Stimmung passen, die hier unten aufgekommen ist, auch auf die Szenarien, die der eine oder andere hier, jetzt so aus dem Instinkt raus, aus dem Reflex raus, äh, Gesetztat mit übertriebenem Risiko, natürlich, also mit erhöhtem Einsatz, weil die Motivation, der Glaube höher ist, das ist ja immer der Kern, ne, warum bestimmte Sachen nicht klappen, ähm, umso überzeugter die Leute sind, umso mehr Risiko gehen sie, das heißt, umso mehr füttern sie den Markt, und wenn das einer macht, dann machen das 10, wenn das 10 machen, machen das 100, ne, das ist, sowas ist immer repräsentativ, wenn es emotional getrieben wird, ne, also wenn es aus dem Instinkten rausgekötet wird, kann man sich ruhig immer von einem, dann auf mehrere Schlussfolgerungen, und das ist tatsächlich auch so, das, äh, sehen wir insbesondere dann, wenn es immer richtig knallt, ne, also mal angenommen jetzt zum Beispiel, hier sind jetzt ganz viele Short rein, auch ohne Stopp, und der Markt rennt jetzt bis 13.200 hoch, das ist, das, ich glaube jetzt nicht, dass das kommt, ne, aber das sind so Momente, da kriegen wir teilweise Kontoauszüge von, 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 von Leuten von uns zugeschickt, die dann sagen, hey Martin, guck dir das an, ich geh Short, und der Markt ballert direkt von da hoch, und dann kriegst du von vier Leuten, die Kontoauszüge, und die haben identisch, die gleichen Trades gemacht, und sind genau an den gleichen Stellen rausgeflogen, ne, das ist immer wieder faszinierend, aber es ist einfach so, und das funktioniert auch, und deswegen achte ich da drauf, und deswegen versuche ich, ihnen davon auch so viel wie möglich, immer mitzugeben, und sie dafür auch ein bisschen, zu sensibilisieren, einfach rechts und links ein bisschen, auf die anderen zu gucken, ne, gut, das ist soweit so, ähm, ja, das ist soweit so, damit haben wir das eigentlich im Kasten, die wichtigen Punkte, 500 ist bei mir unten der Poch, ansonsten, alles was über 600 geht, ist long, wir haben ja gestern schon gesagt, ne, alles was jetzt hier nicht nach unten geht, ist schon eher aufwärts zu werten, weil er, ja, die Erwartungshaltung klar nach unten hat, ne, haben auch, im Chat haben wir glaube ich auch nochmal geschrieben, alles was über 5, 40 ist per Tagesschluss, das ist auch eher für morgen, ne Longvorlage, von daher, würde ich den jetzt erstmal anzeigen, sollte trotzdem wieder erwarten, nach unten kommen, zum Beispiel sich hier am mittleren Band, jetzt nach unten stoßen, schöne schwache Eröffnung hinlegen, 45 würde mir nicht reichen, ich will ihn wieder unter 500, geht er unter 500, könnten wir zum Donnerstag auch sogar schon die 400 nochmal sehen, ja, aber, so rein von den Bestimmungsindikationen, würde ich denken, wir kriegen aufwärtsgap, und, sehen hier noch ein bisschen was, gut, Freunde, dann können wir das so mit zumachen, 500 ist wichtig, die 600 ist und bleibt wichtig, als Signalmarkt, die 640 bleibt wichtig, und dann oben die 57, das sind so die Punkte, auf die kann man sich konzentrieren, damit können wir das zumachen, im Tagesschart haben sie vorhin schon ein bisschen gesehen, ist hier eine kleine grüne Kerze reingekommen, die bremst natürlich nur die Abwärtsbewegung, sehr, sehr, sehr deutlich aus, ist auch wieder über dem Trigger, da war ja auch gestern noch, ne, über dem Trigger aufgedreht, damit kostet hier oben wieder aktiv, oder noch aktiv, kommen jetzt grüne Kerzen hinterher, treibt dann nach oben, kriegt er wieder ein bisschen, kriegt er wieder ein bisschen Stimmung hier, auf der Oberseite, ne, also müsste, müsste wirklich jetzt hier drunter, per Tagesschluss auch, unter die 500, unter die 480, und dann kann man, glaube ich, wieder ein bisschen, ein bisschen besser nach unten wegfeuern, Short Richtung 330, 250, 200-Tage-Linie dann, aber, ich würde eher drauf tippen, der Donnerstag war jetzt nochmal so ein Break-Tag, also so ein Zwischen-Tag einfach, und, jo, Freunde, mehr kann ich dich mitgeben, wünsche maximale Erfolge, gutes Klingen, und bitte bleiben sie vernünftig, haben nichts gekonnt, wenn sie zu viel, auf eine Karte setzen, und das sind immer wieder die Gründe, warum die Leute, im Trading, auf die Nase kriegen, genau im falschen Moment, auf dem falschen Wert, in die falsche Richtung, falsch hohen Einsatz geben, einfach konstant routiniert, jeden Tag, die gleiche Soße macht, passiert das einfach nicht, dann bleibt im Depot stabil, und dann überrascht sie eher, auf der Oberseite, auf der positiven Seite, auf der Gewinnseite, als dass es sie auf der falschen Seite überrascht, auf der Unterseite, ich mache aus, und hoffe, ich konnte präventiv, vielleicht den einen oder anderen noch, vor dem Machen bewahren, ja, gut, also, bis morgen, ciao. Bis zum nächsten Mal.